Heute zeichne ich Ihnen, wie man auf eine Karotten eine Rose schneidet. Zuerst muss ein Karottenstück abschneiden und machen die Schere. Schere, Scheibe geht. Zuerst muss ein Karottenstück abschneiden. Zuerst muss ein Karottenstück ausstellen. Zuerst muss ein Karottenstück aus der Rathbäne sein. Die Erküge mit dem Kumpel zu setzen. Zuerst muss eine Karottenstück von Stuttgart sein. Man kann es sehen sofort. Das war fertig von einer Rose, von Karotten. Die Rose, von Karotten.